Hi, eine Nachricht von deiner Zwillingsflamme. Wie wird dein Tag sein? Was sagt er dir? Er richtet sich komplett neu aus. Es geht darum, er kommt in seine Stabilität. Er kommt in seine Stabilität, in der Treue, in Loyalität. Es reift jetzt und es geht in der festen Verankerung. Alle seine innere Kämpfe lässt er los. Alle Verstrickungen im Außen lässt er los und lässt er hinter sich. So, was sagt er dir? Er sagt dir, ja, wahre Liebe fordert nicht, sie schenkt Freiheit. Und wahre Liebe erträgt alles, sie glaubt alles und hält allem stand. Hab einen wundervollen Tag. Bis bald.